Da diese Unternehmen oft hohe Kosten und Risiken mit sich brachten, und Risiken mit sich brachten, die Hörbuchproduktion von Mami Goes Millionär, Wie du erfolgreich in Aktien investierst und finanziell frei wirst von Dr. Carmen Meier, haben wir in meinem Wohnmobil direkt bei Carmen in München gemacht. Warum wir nicht im Studio aufgenommen haben? Erstens ist es nicht notwendig, weil ein Wohnmobil, wie auch jedes gewöhnliche Auto übrigens, akustisch gesehen ein idealer Aufnahmeraum ist. Und zweitens konnte ich Carmen so die Anreise nach Frankfurt ersparen. Dr. Carmen Meier war nach Carmen Kroll aka Karmuschka übrigens bereits die zweite Powerfrau und Selfmade-Millionärin mit polnischen Wurzeln, die ich auf diese Weise aufgenommen habe. Zudem habe ich von beiden jede Menge gelernt.